Herzlich willkommen zu einer neuen Seminar-Folge von The Trading Pit, heute in Zusammenarbeit mit Timo Kosiol von DayTrader Tools. In dem heutigen Seminar erfahren wir, wie man eine gute Strategie im Trading fährt und wie die GP3-Strategie Ihnen dabei helfen kann. Bevor ich Ihnen aber gleich mehr von dem heutigen Referenten, seiner Homepage und der GP3-Strategie erzähle, zeige ich Ihnen den obligatorischen Risikohinweis. Risikohinweis Die Inhalte dieses Videos sehen aus aus der allgemeinen Information, der Unterhaltung und der Weiterbildung. Es sind keine Empfehlungen zum Erwerb der Handel oder der Veräußerung von Finanzinstrumenten und somit keine Anlageberatung. Y können die Trading Pit, die gestern Referenten, die Videos nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Aussagen geben, Anlagezielen, ihre Risikobrechte und Verlustfakt fährlich stehenden Sprechen. Wer ist auf Basis von Informationen aus dem Video etwaige Anlageentscheidung und trifft diese Auslösung aus eigener Verantwortung und eigene Gefahr. Dies wiederum bedeutet, dass weder der Trading Pit noch die Referenten noch die Gästen für dieses Videos für Verlusthaften, die sie dadurch erleiden, dass die Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen, Inhalten oder Kommentaren bezüglich diesem Video getroffen haben. Das war der obligatorische Risikohinweis, wie immer im Schnelldurchlauf, womit ich unseren heutigen Referenten Timo ganz herzlich begrüße. Moin Moin, auch von mir. Moin Moin. Wie geht's dir, Timo? Ach gut, alles im grünen Bereich, alles fit soweit. Gut, du hast für uns heute ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich einmal so Strategien im Trading, aber dann halt auch was Spezielles, nämlich die von dir entwickelte GP3-Strategie. Ist das korrekt? Genau, richtig. Also wir brauchen ja, um zu traden, um zu handeln, vor allem um erfolgreich zu handeln, auch eine Trading-Strategie. Und im heutigen Webinar möchte ich so ein bisschen aufzeigen, okay, A, was ist eine Trading-Strategie? B, wie entwickelt man eine Trading-Strategie? Und vor allem auch, ja, was macht eine Trading-Strategie am Ende erfolgreich? All das möchte ich heute so ein bisschen aufzeigen in dem Webinar und das am Beispiel meiner GP3-Strategie. Cool. Dann freue ich mich auf das heutige Webinar, werde im Hintergrund natürlich für dich und die Zuschauer weiter bereit sein und übergebe das Wort an dich und wünsche den Zuschauern viel Spaß mit der heutigen Veranstaltung. Dann nehme ich mir mal den Bildschirm. So, jetzt sollte man mich auch sehen. Moin, moin, also nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr da dabei seid. Übrigens, ich bin so ein Duzer, ne? Also ich hoffe, das ist okay, dass ich euch jetzt duze und nicht sieze. Ihr könnt mich auch jederzeit duzen, da habe ich gar kein Problem mit. Wenn ihr Fragen habt während des Webinars, schreibt es hier bei Zoom in die Chat-Funktion rein. Ich gucke da immer wieder zwischendurch rein und werde dann natürlich auf die Fragen drauf eingehen und die Fragen beantworten. So, vielleicht noch zwei, drei Worte zu mir. Wer bin ich überhaupt? Was mache ich überhaupt? Und zwei, drei Sätze zu mir. Also ich bin schon relativ lange an der Börse und zwar seit 1999. Ich habe ganz lange nur Aktien getradet und 2015 kamen auch CFD-Märkte, Forex und auch Future-Märkte hinzu. Ich habe außerdem diverse Trading-Tools, diverse Trading-Programme entwickelt. Ghost, Order Assist, VPox sind nur ein paar der Programme. Ich gebe regelmäßig Webinare, so wie heute zum Beispiel. Bin immer wieder auf Messen mit irgendwelchen Vorträgen oder habe auch Analysen, die ich jede Woche vorstelle, die man sich auch selbst dann herunterladen kann in seinen eigenen Chart. All das mache ich und außerdem bin ich im Stereo-Trader-Entwickler-Team. So, das war ganz kurz ein Abriss von meiner Seite aus. Meine Homepage daytrailertools.de können wir kurz einen Blick drauf werfen. Und zwar, das ist meine Homepage daytrailertools.de. Da findet ihr auf jeden Fall jede Menge Infos zu mir, zu meinen Sachen, die ich so mache, zu meinen Webinarterminen, zu meinem Programm. All das findet ihr unter daytrailertools.de. Gut, okay. Soweit zu meiner Vita. Ich würde sagen, dann legen wir auch los, steigen mal ein und gehen auch in den Chart rein. Und fangen direkt an, legen direkt los. Also, die Frage ist ja, Trading-Strategie, beziehungsweise fangen wir vorne an, wenn wir einen Chart aufmachen, wie hier zum Beispiel den DAX 40.de 40. Dann sehen wir folgendes Bild. Wir sehen hier Kerzen. Bei mir sind die jetzt rot und grün. Wir wissen aber gar nicht, okay, was, ne, wenn wir jetzt als Trader da vorsitzen, wissen wir gar nicht, okay, was sollen wir jetzt damit machen mit den Informationen. Wir sehen hier die einzelnen Kerzen, aber was bedeutet das? Bedeutet das für mich, ich sollte jetzt eher long gehen, ich sollte jetzt eher short gehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich so im Chart verorten kann. Eine Möglichkeit ist, dass man klassische Chart-Analyse macht. Das heißt, man zeichnet hier Unterstützung, Widerstände in den Chart zum Beispiel und versucht sich so eine Landkarte, ja, einen Weg zu ebnen, wie man und wo man in Trades einsteigt. So, die zweite Möglichkeit ist, man nimmt technische Indikatoren zur Hilfe. Da bringt ja der Metatrader schon einiges mit, wenn man hier unter Indikatoren schaut. Da gibt es hier ganz, ganz viele Indikatoren. Zum Beispiel ein Indikator, den wahrscheinlich jeder kennt, ist der gleitende Durchschnitt. Zum Beispiel der 200er, nehmen wir auch hier mal eine andere Farbe, nehmen wir mal blau. So, das ist der SMA 200 oder gleitende Durchschnitt 200. So, jetzt kann man sagen, okay, wenn wir uns oberhalb des SMA 200 befinden, ist der Markt eher long, ist er unterhalb eher short. So hat man schon mal ein erstes Indiz, wo der Markt oder was der Markt macht, ob er eher long gerichtet ist, eher short gerichtet ist. So, ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt für den SMA oder darum eine Strategie zu bauen. Da braucht man schon ein bisschen mehr. Vor allem stellen sich dann auch so Fragen wie, ja, wo steige ich jetzt genau ein? Wie steige ich jetzt genau ein? Wo ist mein Take Profit und wo ist mein Stop Loss? Und da sind wir dann schon so bei so Fragen, die sich im Prinzip, ja, jeder Trader stellt. Also so typische Fragen, die habe ich hier mal zusammengefasst. Typische Fragen, die sich in jeder Trader stellt. So, also Fragen, die sich jeder Trader so stellt, okay, welche Richtung soll ich traden? Soll ich jetzt eher die Long-Richtung traden? Soll ich eher die Short-Richtung traden? Wann soll ich einsteigen? Also wann soll ich einsteigen? Welche Richtung? Wohin eben schon angesprochen mit dem Stop Loss, ganz wichtig, immer mit Stop Loss traden. Und dann im Vorfeld brauche ich natürlich auch irgendwie ein Gefühl, okay, ne, ist das jetzt ein Trade, der irgendwie mir große Chancen einrollen, wo ich große, ja, ein großes Gewinnpotenzial sehe oder nicht? Sprich, ne, großes CAV, Trades mit großem CAV, kleiner SL. Und so versucht man oder optimalerweise baut man dann eine Strategie, wo man dann am Ende nur noch die hochwertigen Chancen herausfiltert. Sonst hat man so das Problem, dass man 100 Trades macht und am Ende ist man trotzdem plus minus 0. Stichwort Overtrading, also zu viele Trades, ist nicht unbedingt immer der Weg zum Erfolg. So, und wenn wir solche Trades gemacht haben, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir nachvollziehen können, warum war dieser Trade jetzt genau erfolgreich, beziehungsweise warum war der Trade nicht erfolgreich. Um das letztendlich wirklich, ja, nachprüfen zu können und immer wieder kontrollieren zu können, braucht man eine Strategie, ja, die reproduzierbar ist. Also die man wirklich 100 Mal, 500 Mal ganz genau nach diesen Kriterien immer wieder anwendet, immer wieder, ja, in den Markt geht nach diesen Kriterien. Und so kann ich dann anhand einer Statistik sehen, okay, macht das so Sinn, diese Strategie zu traden oder muss ich da vielleicht ein bisschen feinjustieren? Da muss hier und da was, äh, was ändern. So, und genau das habe ich versucht mit der, äh, GP3-Strategie, ja, so zu beantworten. Diese Fragen habe ich versucht damit zu beantworten und diese Fragen zu adressieren. Und gehen wir mal rein in die GP3-Strategie, das hilft euch vielleicht auch so ein bisschen, ja, einen Einblick zu bekommen, wie man so eine Strategie überhaupt entwickelt, um genau solche Fragen am Ende auch beantworten zu können. So, GP3 besteht aus drei Komponenten, ne, das war ja die erste Frage, ja, in welche Richtung, äh, ne, bewegt sich denn der Markt? Bewegt er sich eher in Long-Richtung oder bewegt er sich eher in Short-Richtung? So, das heißt, ne, die erste Komponente, die ich dann gebraucht habe, ist, ich muss die Bewegungsrichtung des Marktes erkennen. Bewegungsrichtung sieht man hier anhand der entsprechenden Farben. Es gibt eine, ja, rote Zone, beziehungsweise so ein rotes Band, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, die Bewegungsrichtung des Marktes ist eher nach unten, ist also eher bärisch oder short. So, ne, hier sieht man es, äh, nochmal, diese, dieses rote Band hier, der Markt ist eher short gerichtet. Dann gibt es noch so grüne Phasen, wie hier, ne, das ist dann eher so, okay, der Markt ist eher nach oben gerichtet, aufwärts. Das heißt, der Markt ist eher bullisch, beziehungsweise die Bewegungsrichtung ist eher Long. So, und zum dritten gibt es dann noch so eine blaue Phase, wie man hier zum Beispiel sieht. Blau heißt jetzt in dem Moment, äh, dass der Markt eher keine wirkliche klare Bewegungsrichtung hat. Und eher seitwärts tendiert, beziehungsweise weder, ja, noch Long noch short gerichtet ist. So, damit habe ich also quasi die erste Frage schon beantwortet, ne, welche Richtung hat der Markt? Ist er eher Long oder ist er eher short gerichtet? So, dann kommt die zweite, äh, Komponente, die ich dazu entwickelt habe, das ist das Signal. Also, welches Signal liegt im Markt vor? Nicht Bewegungsrichtung, sondern Signal. Haben wir ein Short-Signal oder haben wir eher so ein Long-Signal? Wiederum ist das hier mit so einer Linie gekennzeichnet, die entweder rot oder grün sein kann. Rot heißt, wir haben ein Short-Signal im Markt liegen. Grün heißt, wir haben ein Long-Signal im Markt liegen. So, bei der zweiten Komponente, dem Signal, gibt es nur eins oder zwei. Das heißt, es gibt kein, es gibt nicht die Option, es gibt kein Signal, sondern es gibt nur ein Long-Signal oder ein Short-Signal. So, ähm, wie man jetzt auch hier sehen kann, also es kann auch ein Short-Signal vorliegen, hier zum Beispiel, wenn wir uns oberhalb der Signallinie, ne, befinden. Also, das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem SMA, wie ich das eben erklärt habe, ist der Markt, ne, unterhalb der Linie, ist es Short, ist es oberhalb, ist es Long, sondern hier bei dieser Signallinie, die zeigt auch oder kann auch ein Short-Signal anzeigen, wenn der Markt über dieser Linie hier tendiert. Umgekehrt sehen wir, hier ist der Markt unterhalb der Linie und trotzdem ist die Linie hier entsprechend, ne, grün. Das heißt, hier lag oder liegt immer noch ein Long-Signal vor. So, okay, das ist also meine zweite Komponente, um herauszufinden, ne, was für ein Signal liegt im Markt vor. So, und dann kommt die dritte Komponente, der Markttrend nach Markttechnik. So, das ist die dritte Komponente. Ich möchte wirklich gerne wissen, ne, neben der Bewegungsrichtung, neben dem Signal, möchte ich wissen, welchen Trend nach Markttechnik haben wir hier im Markt liegen. So, und dann sieht man hier in diesem Beispiel rot gekennzeichnet, haben wir einen Abwärtstrend, ne, hier in grün gekennzeichnet lag ein Aufwärtstrend vor und es gibt hier auch wieder so eine blaue Phase. Blau heißt, wir haben eine Seitwärtsphase, wir haben kein Long-Trend und auch kein Short-Trend, sondern wir sind, oder der Markttrend ist eher trendlos. So, somit habe ich drei meiner Komponenten zusammen. Ich habe Bewegungsrichtung, ich habe das Signal und ich habe den Markttrend und somit kann ich mich schon ganz genau oder ganz gut im Markt so verorten. Wo stehen wir, wo sind wir, ne, was kann ich, welche Richtung soll ich denn traden? Somit habe ich die Frage beantwortet, anhand dieser Indikationen, okay, welche Richtung soll ich traden? Wenn ich jetzt den Markt aufmache, mir die drei Komponenten anzeige, ist für mich ganz klar, welche Richtung soll ich traden? Soll ich Long-Traden? Soll ich Short-Traden? Wenn also alle drei Komponenten dieselbe Farbe haben, dieselbe Richtung zeigen, also sowohl grünes Band, als auch grüne Signallinie, als auch ein Aufwärtstrend in grün gekennzeichnet, dann ist für mich in dem Moment klar, dass ich auf keinen Fall irgendwie die Short-Richtung traden werde, sondern mich ausschließlich auf Long konzentrieren werde. So, also die wichtige Frage, Long oder Short, ist für mich damit schon mal beantwortet. So, aber jetzt geht es natürlich weiter. Das hilft mir jetzt erstmal, ja, zu erkennen, welche Richtung ich traden will, aber die nächste Frage war ja, die auch genauso wichtig ist, ne, wo und wie steige ich in den Markt ein? So, ich habe jetzt hier mal so schematischen Trend aufgezeichnet. Wir haben hier unseren, ne, Aufwärtstrend mit den Punkten hier 1, 2 und 3. So, die Frage ist jetzt, in einem Aufwärtstrend, was ist am sinnvollsten, ne, oder wo ist am sinnvollsten, ja, einzusteigen? Die Frage ist, ob es Sinn macht, hier am Punkt 2 einzusteigen, also sprich, wenn der Markt hier den Punkt 2 überschreitet, hier oben, ne, die Richtung, hier an dem Punkt einzusteigen. Ähm, ich würde sagen eher nein, sondern man ist sie, also es macht Sinn, dass man in einem Aufwärtstrend, ne, in die Korrektur einsteigt und dann versucht, die Trendrichtung zu handeln. Also, der sinnvollste Einstieg ist im Prinzip an Punkt 3, ganz einfach, weil nach Markttechnik, nach Dau-Theorie kommt der Stop-Loss hier unten hin und ich habe einfach ein geringeres Risiko. Also, ne, also wenn ich hier oben einsteige, ich mache das nochmal kurz weg alles, wenn ich hier einsteige und mein Stop-Loss hier unten hin lege, habe ich natürlich ein größeres Risiko, als wenn ich hier am Punkt 3 einsteige und hier mein Stop-Loss liegt. Das sieht man, ne, ich habe ein geringeres Risiko, also ist der, ähm, ja, der Punkt 3 der sinnvollere Einstieg auf jeden Fall. Die Frage ist, wie findet man jetzt, äh, so ein, äh, so ein Einstieg, wo die Korrektur, äh, ja, vorbei sein könnte, wo sie zu Ende sein könnte, da gibt es auch mehrere, ähm, ja, Ansätze, wie man sich dem Ganzen nähern kann. Gehen wir mal eine Folie weiter, da sieht man zum Beispiel, äh, hier läuft der Kurs auf die Signallinie auf, das kann, kann ein erstes Indiz sein, außerdem haben wir hier Trendhochs in der Nähe, wo der Kurs drauf aufläuft und das könnte der erste Indikator, der erste Indiz sein, okay, hier könnte die Korrektur vorbei sein, hier macht ein Einstieg, ne, in Trendrichtung auf jeden Fall Sinn oder könnte Sinn machen. So, zum anderen bietet die, äh, GP3-Strategie aber auch da eine Hilfe und zwar gibt es so, äh, Einstiegsboxen. Die werden so in dem Markt gezeichnet, sind so grüne oder rote Boxen und, äh, können darauf hindeuten, ne, dass hier die Korrektur zu Ende ist, dass hier auf jeden Fall ein Einstieg in Trendrichtung, äh, Sinn macht. Und dann kann man entsprechend hier einen Trade platzieren, um die Trendrichtung, also in dem Fall die Longrichtung, ne, zu traden. So, also, damit habe ich die Frage schon mal geklärt, äh, ne, wie und wo und wann steige ich ein? Ähm, ein weiterer Aspekt, den man auch noch hinzunehmen kann, sind Fibus, werde ich gleich, äh, in dem nächsten Beispiel nochmal näher erläutern. Ähm, ähm, Fibus alleine im Traden schwierig, machen nicht so viel Sinn, aber in Verbindung mit, mit anderen, ja, Anzeichen, mit anderen Indikationen macht das durchaus Sinn. Ich bin da ein Freund davon, einfach um so, ne, ein Gefühl zu bekommen, wo könnte eine Korrektur zu Ende sein, wo könnte einfach der Markt dann wieder drehen und in Trendrichtung weiterlaufen. So, die haben die Frage geklärt, ne, wo steige ich jetzt ein? Aber die Frage war ja noch, wohin der SL? Ich habe es eben schon kurz erwähnt, Stop Loss gehört unter das Trend Tief, ne, also entsprechend hier, wo der gelbe Pfeil ist, da gehört dann auch der Stop Loss hin. Und, ähm, das Schöne ist, wenn man so ein festes Regelwerk hat, wie ich gerade so erläutert habe, ne, mit Einstieg und dann fester Stop Loss, der dann auch nicht mehr bewegt wird, hat man ein ganz klares Regelwerk, ganz fixe Regeln. Ähm, es gibt da nicht die Option, ja, vielleicht korrigiert der Markt noch so ein bisschen tiefer und ich ziehe den Stop einfach mal ein bisschen tiefer und dann, äh, schaue ich mal. Gibt's nicht, weil wenn der Markt jetzt hier wieder runterkommt, runterfällt, ne, unter das Tief, dann ist, sind die Kriterien einfach nicht mehr gegeben und somit macht auch ein Einstieg in Long-Richtung, äh, keinen Sinn. Von daher ganz klare Regeln, ganz fixes Regelwerk und das kann man halt, äh, reproduzieren. Das war ja ein anderer Stichpunkt, Reproduzierbarkeit, ne, also, macht es Sinn, dass man, äh, diese Trades ausführt oder nicht? Und wenn man Trades hundertmal nach demselben Schema F gemacht hat, dann weiß man oder kriegt man ein Gefühl, kann man auswerten nach den Statistiken, ob das Ganze wirklich profitabel ist oder nicht. Also, ganz klares Regelwerk und nicht bei den Stop hier hinziehen, Stop da hinziehen, ne, also, das gibt's bei dieser Strategie nicht und das war mir auch wichtig, dass man sowas hat, einfach, damit ich Selbstkontrolle habe. Damit ich weiß, macht das Sinn oder nicht? Ähm, der nächste Punkt bei dieser Strategie ist, man hat immer ein sehr, äh, sehr kleines Risiko, weil der Stop, der kommt, wie gesagt, hier entsprechend unter das letzte Trend tief. Also, hier, wo der gelbe Pfeil ist, da kommt der Stop Loss hin. Ich steige hier zum Beispiel an der Signallinie ein, das heißt, ich habe ein ganz geringes Risiko und mein Take Profit wird in Höhe des Trendhochs, also des Punkt Zweis gesetzt. Das heißt, ich habe immer, wenn man das sieht, also, dass der Take Profit kommt hier so in dem Bereich, hier ist der Einstieg, hier kommt der Stop Loss hin. Man sieht hier, ich habe ein relativ geringes Risiko, aber einen möglichen großen Gewinn. Das heißt, ich habe per se immer ein sehr positives CRV und die Gewinne sind, äh, immer größer als die Verluste. Das heißt, ich kann auch, äh, zwei, drei, äh, Loser Trades machen, das ist egal, weil mit einem Trade mache ich die Loser Trades wieder wett. Ne, also das ist auch positives CRV, einfach durch, durch diese Strategie. So, schauen wir uns das Ganze jetzt mal im Chart an. Wir hatten hier die entsprechend, die Optionen oder die Variablen gegeben. Wir hatten hier ein grünes Band, wir hatten hier eine grüne Signallinie und einen Aufwärtstrend, der etabliert war. Das heißt, alle drei Komponenten dieser GP3-Strategie waren gegeben und jetzt ging es darum, den passenden Einstieg zu finden. So, ich habe mir hier die Fibus wieder zur Hand genommen, wie eben schon erwähnt. Das letzte Trend oder die letzte Trendbewegung nehme ich mir da immer zur Hilfe, um einfach herauszufinden, ne, wo bis wohin könnte am Ende, ne, der Trend, die Trendbewegung auskorrigiert werden. So, und wir hatten hier die Signallinie, wir hatten hier noch so, kann man wahrscheinlich jetzt im Stream ein bisschen schwer erkennen. Wir hatten hier einen Pivotpunkt, außerdem sind wir hier auf die Hochs aufgelaufen. Und entsprechend, ne, habe ich hier einen Einstieg gewagt, ziemlich genau hier, ne, wo der gelbe Pfeil ist. Und ich hatte einen Stop Loss von zwölf Punkten hier gesetzt, ne, also unter das Trendtief hier unten drunter. Ich glaube, ich mache mal eine andere Farbe, dann kann man das besser sehen. So, also hier der Stop Loss hin unter das Trendtief. So, ich hätte ja eben gesagt, dass mein Take Profit in der Regel hier so knapp an das letzte Trend hochgeht. Das ist die konservative Methode. Ich habe mich jetzt hier bei diesem Trade für die etwas nicht konservative Methode entschieden. Ganz einfach, wenn man nach links guckt, hier auf die Uhr, es ist 15.28 Uhr gewesen. Also ganz kurz vor Markteröffnung der US-Märkte. Ich bin ja auch im Dow Jones unterwegs, kann man hier sehen, DJI. Und mein Risiko war ja klar definiert, indem ich hier ein Risiko von zwölf Punkten definiert habe. Den Gewinn, den Take Profit habe ich jetzt mit Absicht offen gelassen, weil es ja oft so ist, dass der Markt dann zur Eröffnung dann doch mal spiked in die eine oder andere Richtung. Das heißt, ich hatte mir hier eine mögliche Chance gesehen, dass der Kurs dann doch um einiges weiter läuft, als jetzt hier quasi nur bis zu dem Trend hoch. Genau, also es war 15.28 Uhr und gehen wir mal eins weiter. Jetzt haben wir es 15.32 Uhr. Das ist noch derselbe Trade. Ich hatte hier den Stop Loss von zwölf Punkten. Und wie man sieht, ist der Markt auch direkt nach Markteröffnung, zwei Minuten nach Markteröffnung, erstmal deutlich nach oben geschossen. Ich bin hier 72 Punkte im Plus. Nochmal zur Erinnerung, zwölf Punkte Stop Loss, 72 Punkte bin ich dort nach vier Minuten im Plus. Also sehr großes, sehr positives CAV. Und entsprechend habe ich gesehen, dass wir hier wieder auf einen Pivotpunkt auflaufen und habe das ganze Ding dann auch manuell geschlossen. Also ich bin manuell aus dem Trade rausgegangen und habe dann diesen Trade mit 71 Punkten abgeschlossen mit einem Risiko von zwölf Punkten. Genau, das war die, oder so funktioniert die GP3-Strategie mit den Komponenten. Und die Frage ist jetzt, also ihr könnt euch die GP3-Strategie gerne anschauen, herunterladen, testen. Wie kommt man jetzt an die GP3-Strategie? Und das zeige ich euch auch noch. Gehen wir wieder zurück in den Chart. So, sind wir wieder im Chart. Und GP3. Also was braucht ihr für die GP3 überhaupt? Vielleicht fangen wir da mal ganz kurz mit an. Für die GP3-Strategie braucht ihr den Metatrader. Metatrader 4 oder Metatrader 5. So, ihr braucht den Stereo-Trader. Beides bekommt ihr bei Trading Pit mitgeliefert. Also ihr habt beides da direkt am Start. Und was braucht ihr noch? Ihr braucht GP3. So, ihr könnt euch die GP3-Strategie installieren, indem ihr hier links neben die Uhr klickt auf Installationsmanager. Dann öffnet sich so ein neues Fenster. Klickt ihr hier herzlich willkommen, Stereo-Trader Installationsmanager. So, Lizenzvereinbarung akzeptieren. Und dann gibt es hier eine Liste mit verschiedenen Programmen. Und das, was ihr jetzt installieren müsst, ist hier ganz unten, ist die MT-Tools Collection. Die MT-Tools Collection ist, oder GP3 ist Teil der MT-Tools Collection. Die könnt ihr euch dann installieren. Und wenn ihr die installiert habt, dann im Metatrader, im Navigator. Das ist das Ding hier unten, wo die ganzen Tools, Programme, Indikatoren auch zu finden sind. Da gibt es dann einen neuen Eintrag unter Stereo-Trader, müsste das sein. Also erstmal Indikatoren, Stereo-Trader, genau, hier Stereo-Trader. Und dann gibt es einen Eintrag, Timo Kosiol, mein Name. Und dort findet ihr die GP3-Strategie, die ihr euch dann auf den Chart ziehen könnt. Und dann sieht man hier, könnt ihr die verschiedenen Sachen, wie das Bewegungsband. Und hier das Band, das ist das hier, den Trend, das ist das, was wir hier sehen. Und auch das Signal, das ist das. Ich mache das mal ein bisschen größer, ein bisschen fetter, damit man das sehen kann. So, kann man das besser erkennen. Also hier der Trend, hier die Signallinie und entsprechend hier das Band. Und all das könnt ihr dann einschalten, einstellen und euch dann in den verschiedenen Märkten anzeigen lassen. So, gibt es denn zur GP3-Strategie oder zu Strategieentwicklung generell Fragen? Dann schreibt es gerne hier in die Kommentare bei Zoom. Ansonsten zeige ich euch nochmal kurz die Webseite, wo man mehrere oder weitere Infos zur... Da bin ich wieder zu sehen. Also, gp3-trading.de Dort findet ihr weitere Infos zur GP3-Strategie, findet ihr Videos außerdem auf meinem YouTube-Kanal oder auch... Ich habe eine Telegram-Gruppe. Könnt ihr auch gerne dazukommen, da besprechen wir solche Sachen auch des Öfteren. Das könnt ihr euch anschauen. Und weitere Infos zur GP3-Strategie erhalten. So, ihr habt ja... Ihr seht ja hier unten, es gibt einen 20% Rabatt. Also, wenn ihr eine Challenge bei Trading Pit macht, euch über den folgenden Link dort anmeldet und dann den Rabatt-Code DaytraderTools eingebt, bekommt ihr 20% Rabatt auf die Challenge, die ihr da auswählt. Genau, das ganze... Der ganze Rabatt-Code ist jetzt ab heute für 14 Tage gültig. Und wie gesagt, ihr könnt dann die GP3-Strategie 30 Tage lang komplett kostenlos testen. Also, wenn ihr den Link DaytraderTools.de Trading-Pit nutzt, euch dort anmeldet, dann habt ihr 30 Tage lang Zeit, um euch die GP3-Strategie in aller Ruhe, in allen Feinheiten anzugucken, auszuprobieren, ein bisschen mit rumzuspielen. Von daher, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache, um da so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, was die GP3-Strategie macht, wie sie arbeitet und auch sich da ein bisschen so einzufühlen. So, dann kommt hier die Frage, gibt es auch für Quantower? Nein, es gibt die GP3-Strategie momentan nur für den Meta-Trader, leider nicht für Quantower. Gut. Dann bin ich von meiner Seite aus eigentlich durch. Vielleicht noch ein Hinweis, wir machen ja hier eine Webinar-Reihe und das nächste Mal werde ich ein bisschen was über automatisiertes Trading erzählen. Also, automatisiertes Trading, was ist das, wie kann man automatisiert traden und auch, wie kann man die GP3-Strategie automatisiert traden. Also, das, was ich euch jetzt gerade alles erzählt habe, ist ja meine GP3-Strategie, mit der ich manuell handele, manuell trade. Aber, ich kann das Ganze auch automatisiert laufen lassen und wie das alles funktioniert, das werde ich euch in den nächsten Webinaren dann so ein bisschen zeigen. Das ganze Thema automatisiertes Trading, Algo-Trading ist auch eine ganz interessante Sache, da beschäftige ich mich auch schon seit, ja, langer Zeit mit. Und da werde ich euch auch so ein bisschen, ja, ein paar Einblicke geben, wie das Ganze so funktioniert und was man da alles mitmachen kann. Gut, ähm, also, ich bin eigentlich soweit durch, Marc, mit meiner Sache. Noch nicht ganz. Ich kann dich leider noch nicht in den Feierabend hinlassen, lieber Timo, weil, wie du siehst, wir haben gerade noch ein paar Fragen von dem Benjamin, von dem Mansur und von einem anonymen Zuschauer reinbekommen. Könntest du vielleicht auf die gerade noch vor dem Ende kurz eingehen? Ja. Achso, stimmt, genau. Auf der Webseite steht, dass der Stereo-Trader für die GP3-Strategie, äh, achso. Äh, ja, da hat der Benjamin, also der Benjamin fragt, äh, ne, auf der Webseite steht, dass die GP3-Strategie für, äh, also, dass der Stereo-Trader für die GP3-Strategie nicht benötigt wird. Äh, da hat der Benjamin recht, die GP3-Strategie funktioniert auf dem Meta-Trader auch ohne den Stereo-Trader. Da, äh, habe ich mich wahrscheinlich eben versprochen, ne, aber, äh, er hat recht, das steht auf meiner Webseite und es ist auch so, GP3 läuft ohne Stereo-Trader, aber auf dem Meta-Trader und nur auf dem Meta-Trader. Ähm, so, welchen Betrag setzt du ein? Das ist immer unterschiedlich, äh, ne, welchen Betrag ich einsetze, kann man so, äh, pauschal nicht sagen. So, woran wird die Signallinie berechnet? Ähm, da gibt's, also, die Signallinie besteht auch wiederum aus mehreren Faktoren, da ist die, äh, ATR mit drin, da sind verschiedene andere, ja, ähm, Indikationen mit, äh, drin. Kann man jetzt so auf Anhieb auch nicht sagen, würde auch ein bisschen zu weit führen, um jetzt genau zu sagen, wie die Signallinie berechnet wird, aber da sind mehrere Faktoren drin, anhand dessen das Signal im Markt erreicht. So, ist geplant, die Strategie auch für Quantower zu programmieren? Ähm, ja, also, momentan ist es, äh, nicht geplant, wenn natürlich der Bedarf da ist, dann, äh, kann man das durchaus, äh, überlegen und, äh, ne, in Betracht ziehen. Momentan gibt's da aber nicht wirklich Pläne, das auch für Quantower zu machen. So, wie viel kostet die GP3-Strategie? Ähm, es gibt da mehrere Pakete auch, am besten schaust du mal auf, äh, der Webseite gp3-trading oder auch daytradetools.de nach. Dort, äh, steht alles ganz genau beschrieben, welche Pakete, was und wie und wo, ne, am besten mal auf der Webseite schauen. Cool. Genau. Dann würde ich sagen, hast du mit einem großen Rundumflag alle Fragen perfekt beantwortet. Vielen lieben Dank dafür, Timo, war ein ganz interessantes Webinar. Ich war die ganze Zeit auch live im Hintergrund und hab dir gespannt, äh, zugehört, war richtig schön und hab ich auch genossen. Äh, freu mich auch schon auf die nächsten Webinare mit dir. Äh, kannst du ganz kurz sagen, wann das nächste Webinar ist? Ich hab's jetzt nicht, äh, im Kopf vielleicht, damit die Zuschauer schon mal... Ich auch nicht. Ähm, Leute, mach's einfach so, äh, ich poste es morgen eh noch mal auf unserer Homepage. Äh, schaut einfach da vorbei unter Webinare, ähm, da findet ihr es aktuell. Oder geht einfach auf den sozialen Medien, auf Facebook, Instagram oder wo auch immer, ähm, einfach, äh, morgen bei mir nochmal auf das Profil. Da findet ihr. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, ich poste euch gerade noch einen Link von meiner privaten Homepage. Da ist momentan eine Überleitung zu den, äh, Influencer Awards für ein Trading Live, wo, äh, man abstimmen kann, äh, wie euch unsere Webinare gezogen. Und, äh, wenn ihr euch gefallen, über jede einzelne Stimme von euch freue ich mich. So, das war jetzt mal kurz, äh, Schleichwerbung in eigener Sache. Womit ich aber wieder behaupte, ich komme nämlich zum Timo. Ähm, Timo, ich will gesagt, danke dir ganz herzlich, war ein super Webinar, äh, und morgen werdet ihr sowohl, ähm, in den sozialen Medien, wie auch, ähm, auf unserer Homepage, äh, das, ähm, ähm, Datum für das nächste Webinar finden, es ist in circa 14 Tagen, kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe gerade nachgeschaut, äh, Marc, ich habe gerade nachgeschaut, äh, es ist der 9. August. Also, 9. August findet das nächste Webinar statt, ne, automatisiertes Trading, Algo Trading, Einführung, Webinar am 9.8. Wieder gleiche Uhrzeit, 19 Uhr, also Timo nicht verpassen und einschalten und ich wünsche euch jetzt allen, es ist 20 vor 8, gleich einen positiven Zinsentscheid, mögen die Gewinne mit euch sein. Einen schönen Abend noch. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.